Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play MyCraft Adventure Map, weiter mit Fabi, Klaus und Jan. Und bei einer Wehigkeit, ja, wir tun uns hier mal wieder richtig schwer. Gut, ich muss sagen, ich kriege alle Sprünge hin, die ich bis jetzt hier hatte, außer immer den, wo ich eine Leiter hatte, die einhörbar, Jan, ne? Das ist das Einzige, was ich bis jetzt hier in... und diese Speed. Gut, das haben wir ja alle nicht hingekriegt, den einen. Aber sonst kriege ich eigentlich alles hin. Ich kriege nur nicht diesen einverhurten Sprung dahin. Das ist echt widerlich. Alter, geht das hin zur Sache? Ja, du sollst dir nicht immer alles angucken. Früher auch nicht. Das ist echt schon richtig nervig. Ja, wie gesagt, wir wissen ja halt noch nicht eure Kommentare, was ihr dazu sagt, wie lange wir eine Map üben sollen. Wir werden jetzt nochmal sechs, also fünf Minuten jetzt noch machen, dann gehen wir wieder weiter. Was eigentlich Bullshit ist, weil eigentlich müssten wir das üben, gerade ich und Fabi und Klaus. Wir wollen diese Map ja auch irgendwann mal fertigstellen, ne? Ja. Ja, das nächste Mal nehmen wir auf jeden Fall was ein bisschen mehr mit Atmosphäre, also... Ja, irgendwie durch... es gibt auch so was mit Häusern und... ...und diesen ganzen Mist gibt's auch. Finden wir bestimmt was. Alter! Hast du eine Drehung gemacht? Nein. War so aus. Ich könnte... Ja, Fabi, aber ich versuche mich nur zu schlagen. Ich will immer, wenn ich runterspringe, schlage ich. Ich könnte richtig kotzen, dass ich den nicht hinkriege, Jan. Das geht mir so richtig auf die Eier. Dann danach wird's eigentlich... Ja, der Rest ist simpel. Auch das hier, ja gut, dass du zwischendurch mal daneben springst oder zu früh abspringst, gehört halt einfach zum Adventure-Map dazu, ja? Aber, äh... Dass ich nur diesen einen Leitersprung nicht hinkriege, das geht mir so richtig auf die Eier. Guck mal, das hier mache ich schon so halb im Schlaf, weißt du? Das hier hat ein bisschen was mit Lick zu tun, finde ich. Wenn du da ein bisschen zu weit abspringst, dann hast du gleich die Arschkarte. Aber... Ja, da war's leider im Weg. Oh. Jawohl. Oh, da bleibt er nicht hängen. Saka. Oh, ja. Das ist schön. Das kannst du ruhig machen. Wie viele Platten gibt's denn jetzt eigentlich, Jan? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Doch mehr. Haben sie wieder welche eingefügt, ne? Goal. Könnten sie sowieso mal mehr einfügen, wenn ich ganz ehrlich bin. Gerade, wo ich mit Spawny sehr viel Minecraft gespielt habe, da kennst du nachher jede Melodie. Das ist... Boah. Doch, cool. Setz mal diesen Block dahin, wo man... Wo man so draufhauen kann. Das hört sich cool an. Typ. Ja, er ist da oben voll der DJ. DJ. DJ Jan. DJ. DJ. Crazy Gamer. Ins Gesicht geschissen. Wies. Ey, seid mir eigentlich... Ey, da schlagen die mich da runter. Ich hab Fabio runtergeschlagen. Lass ihn doch einfach da hängen. Ja, hab mich eben auch nicht hängen lassen. Oh. Hi. Aha. Wir können froh sein, dass wir Ultra dabei haben, dass wenigstens immer einer in der Map beendet. Oder eine Station. Ich glaube, wenn wir bei der zweiten oder dritten Adventure Map... Ich schätze, bei der zweiten Adventure Map. Dann wird das schon ganz anders sein. Jan. Weil dann die anderen beiden auch drinnen sind. Und ich bin dann auch wieder viel, viel besser in dieser Adventure Map drin. So, wir sagen wieder... Ne, Klaus darf noch probieren. Ich und Fabi können schon mal aufhören. Weil Klaus da gerade zu Gange ist. Und dann gehen wir zur nächsten Stage. Wenn euch das nicht passt, dass wir so früh abbrechen. Ja, weil wir ja nicht in Wage-Mode kommen. Genau den verkack ich, Klaus. Alter, das ist richtig geil. Das ist cool. Aber das Ding ist wieder so klein. Das macht nichts. Jawohl. Und jetzt? Ich bin voll fertig. Wie, jetzt soll ich da drauf? Ja. Alter. Ey, ich bin gleich fertig. Guck mal. Ja, dann mach doch, du... Ich bin fertig. Ja. Sehr schön, Fabi. Ach, wie schnell. Nein, ich bin nicht so hoch geflogen. Muss man eigentlich wieder abspringen drücken? Oh, ich bin gestorben aus der Höhe. Muss mal gucken, wo man mal hin muss. Ach, von da, da unten drauf. Ach so. Jan, springst du ab, wenn du aufs Grüne gehst? Ich sterbe da unten, Alter. Ich nicht. Ich auch, ich auch. Hä? Was ist das für ein... Hä? Sieht voll geil aus, ey. Er springt und sterbt. Ja, aber der erste Mal hat es bei mir auch geklappt. Oh, scheiße. Ich sollte auch schnell laufen, Leute. Ach du scheiße. Ist da unten runter? Ja. Ich... Wieso sterb hier? Mach mal Game Mode 2 rein, Jan. Vielleicht hast du Game Mode 1. Einmal gerade Kontrolle machen. Game Mode 2. Da gucke ich gerade auch mal. Ja, jetzt geht's. Siehst du, dann ist es easy. Ja, ich verkacke. Nee, tot. Bei Kevin nicht. Tot. Oh, Jan. Dann hast du vielleicht Game Mode 0 oder so drin. Nee. Ich habe Game Mode 2 drin. Ich habe gerade auch nochmal geändert. Siehst du doch da im Chat. Ach, wir sind doch schon bei diesem Turm. Weißt du, was es ist, Jan? Doch. Wenn du nicht in die Mitte kommst. Was ist das für ein... Du musst in die Mitte kommen. Ich bin auf die Kante gesprungen. Du musst genau in die Mitte des Klotz kommen. Dann überlebst du. Jan schafft gerade die ganze Zeit. Bis ganz hinten hin, Jan. Ja, du warst nicht ganz hinten. Oh. Da habe ich mich nicht festgehalten. Springt ihr denn ab jetzt auf dem Grün oder nicht? Nö. Nö, nö. Lettaste loslassen. Ich bin automatisch hochkataposiert. Stimmt. Komm, Jan. Bis ganz hinten hin. Und jetzt, komm. Ja, dann hol dir erst den Dings. Ich bin in Game Mode. Wieder tot. Oh, ist das schön. Alter, das war voll geil. Ja, das macht richtig Spaß. Das macht mal übel. So eine richtig fette Map von Höhe 2000. Immer so hinterspringen. Du hast nochmal, Alter. Das beim zweiten Mal geschafft. Ja, oh. Du musst genau, wenn du auf diese Kante kommst von dem Grün, stirbst du. Oh, scheiße. Klaus, du musst doch einfach nur da drauf springen. Warte, ich weiß doch. Roman hat nicht gesprungen, die Sau. Hä? Oh, scheiße. Ich habe zu früh Shift gedrückt. Oh. Oh, jetzt falle ich wieder hinten runter. Oh, geschafft. Ja, und jetzt. Okay, ganz zurück. Ja, ganz hinten, nach ganz hinten. Noch weiter. Ich habe auch verkackt. Sorry. Oh, und jetzt. Tut mir leid. Yip. Oh. Ein kleines Arschloch. Komm, ich jump mal von hier. Komm, doppelt. Aber das ist echt voll cool. Oh. Hat richtig Laune. Noch von ganz oben. Junge. Ja, versuche ich auch mal. Mal ganz oben auf dem Block. Meiner springt nicht mehr hoch genug. Ja, meiner auch nicht. Ja, du darfst nicht abspringen. Du darfst die Leertagse nicht drücken, Klaus. Aufhalten lassen. Alter, was ist denn hier gleich los? Drübergesprungen. Bobby, guck dir das mal an, Alter, hier oben. Mit deinem Leiter. Guck mal, Jan, soll ich dir mal was zeigen? Guck mal auf den Block da unten. Guck mal. Ui. Fabi, kannst du mal da weggehen? Ja, wollte ich gerade sagen. Kannst du da mal bitte weggehen? Ich war da irritiert, weißt du. Bei anderen Leuten maulen, aber was selber machen. Alter, jetzt bleibt der da nicht dran hängen. Warum? Ja, zurück, Fabi. Hä? Hä? Jetzt. Boah, sie ist ja schon vorbeigesprungen. Hallo, Kill. Alles, ja. Ah, ich drücke immer meine Raute, das. Von Top, ja. Genau so zusammen. Boah. Meiner springt nicht mehr lang genug. Du musst wirklich genau draufkommen auf das grüne Ding. Sonst kannst du es echt vergessen. Wo bin ich denn hier? Puh. Hallo. Komm. Komm. Komm, du schaffst es. Oh. War es knapp. Da ist die Muschi nicht gefl... Äh, nicht geschammt. Ja, wir sind nicht genau in der Mitte gelandet. Warte, ich hitze runter. Alter, nimm doch mal diese Köter da weg. Oh, fuck. Oh. Die Hunde ist gestorben. Oh, pass mal. Oh, auf die Kante geschlagen. Was hat das gemacht? Warte mal. Ich glaube, die Hunde werden jetzt sterben. Wieder auf die Kante gesprungen. Puh. Oh. Oh. Wurde viel mehr. Ey. Jan, nimm doch mal diese Köter da runter. Mein Gott, macht es doch nebenan oder so. Ihr müsst doch nicht in der Challenge hängen. Ey, Jan, du hast das Ding hier kaputt gemacht. Was? Du hast es geschlagen. Du hast es auf meine Hunde geschlagen. Ich habe auf keinen Geist geschlagen. Ja, komm, laber keinen Scheiß. Du, Jude. Jan. Jan, mach das wieder heil. Der Knopf ist da. Du hast den Knopf weggehauen. Oh, Blödsinn. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die sollen aus der Challenge gehen. Ja. Sagt ja keiner. Die können da ja machen, was sie wollen, aber halt die Challenge müssen sie verlassen. Dann ist das doch alles in Ordnung. Die haben Hunde, ey. Oh, nein. Keine haben. Oh. Oh. Was ist da denn? Lohre? Oh, genau. Dann vorbei. Habs geschafft. Klaus hat noch drei Versuche. Oh, schaffe ich sowieso nicht. Oh, komm, Klaus. Schaust du schon. Bye. 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 Ja. Oh. Gebt ihr Kotzen. Du hast schon wieder kaputt gewonnen. Doch nicht. Wie krieg ich die wieder los? Oh, nein. Boom. Alter, ihr scheiß Kotzen, verpiss doch euch, Mann. Ich höre euch nicht. Okay. Du brauchst einfach nur die Dinger wegschmeißen. Ja, hab ich ja. Ich hatte nichts mehr. Gameboard 0? Ja. Sorry. Nee. Jetzt kommt schon dieser scheiß Berg, oder was? Schaust du mal, ich muss auch noch mal hier drüber gehen. Was hast du geschafft, Klaus? Na, komm, lass uns sehen, ne? Weed, Alter. Weed, weed, weed. Gehs, Junge. Richtig, gehs hier. Wollen wir mal anfangen, den Pulli richtig zu machen hier? Nein. Nein. Pulli. Oh. Ich sollte auch Schiff loslassen, den Schwachkopf. Oh, da laufe ich erst mal die Brüstung runter. Ja, rückwärts in Style von Michael Jackson. Oh, jetzt ist hier eine Leute. Der wäre tot. Der ist doch nicht tot, Junge. Shit, was? Das ist wie Tupac, Junge. Tupac ist auch nicht tot. Der ist nur nach Hause gegangen. Genau. Gibt's ja echt Gerüchte, dass Tupac angeblich noch leben soll. Okay, Paul Walker. Nee, der ist tot. Der war zu dämmig, um ein deutsches Auto zu fahren. Ja, schöne Porsche Carrera GT, Alter. Der war. War mehr um das Auto, als um den. War es natürlich. Nein. Alter. Ich war es nicht. Nein, nur nicht. Guck nach hinten, du schlägst mich. Oh, scheiße. Oh, Fabi hat einen Run, wa? Äh. Du warst doch gerade ganz schön weit oben. Ja, aber da ist der Doppelleitersprung. Den schaff ich nie. Tschüss, Junge. Tschüss. Ich bin sogar schon so dämmig hier. Tschüss, Alter, komm, wo ich bin hier. Richtig ist, Jungs. Noch easy rarer geht's nicht. Sag, Jungs. So macht man das heutzutage. Oh. Oh. Alter. Ach, Fabi, nein. Oh, danke. Mit Sicherheit nicht, Jan. Was? Mit Sicherheit nicht? Wenn du mich haust, hau ich dich auch besser. Oh, Mann. Wenn ich klaus mir, kann er mir nicht mehr hauen. War das jetzt schon wieder? Oh, fuck. Das ist so nö. Aber hier gibt es so einen Mini-Checkpoint, ne? Wenn du von der Leiter runterfällst, könntest du Glück haben, dass du wieder auf den... Ja, ja. Ja. Oh, Jan, Mann, du Schwuchtel. Alter, du bist so hässlich, ja? Junge, Paul Walker, wenn er tot ist, ist er sogar noch hübscher wie du. Mann, die fängt auch noch zu prübeln wieder an. Ich hab gar nichts. Mann, Michael Jackson war sogar hübscher wie du, ey. Oh, Gott. Wo ist Fabi eigentlich? Ist er schon rum? Nee. Alter, du bist so ein ekliges, widerliches Scheißblach, Alter. Ey, Jan. Echt. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten, ja? Heute war dabei Fabi, Klaus und das hässliche Entlein, ja? Namens Ultra. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn, legt euch hin. Tschüssi, Gruski. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja? Kann man ja jetzt sagen. Ist ja morgens halb zehn. Ja? Frühstückt schön, ja? Frühstücken ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, vergesst nicht, äh, euch ein bisschen Schlagsahne auf die, aufs Butter zu machen. Dann wisst ihr, was das schmeckt. Ja, bis morgen. Ciao, Eloi. Tschüssi.